Also die Jungs und Mädels, die da kommen, haben sich da gerade schön im Sand festgefahren. Ich habe sie jetzt mal hergewunken, weil jetzt gibt es Sandbleche und Sandschaufel zur Unterstützung. Gehen sie. Ich hoffe, es klappt ganz gut. Wir werden es mal beobachten. Ja, also jetzt ist er richtig drin. Oh, it's really deep now, he? Ta-ta-ta-ta! Also jetzt sitzt er schon ziemlich unten auf, aber er macht uns eine gute Show hier. Und wir wollen mal schauen, ob wir es noch rauskriegen. Ansonsten muss ich vielleicht das Auto holen. Also hier ist ja wenigstens das Sandblech schon drunter. Das ist ja mal ganz gut, wenn gleich auch wirklich alles schon ganz schön tief hier ist. Da ist er, wir haben ihn rausgeschubst. Ja, vor lauter Aufregung gar nicht dran gedacht, es aufzunehmen. Aber es war mit Schubsen beim ersten Mal dann getan. Es haben vier Leute vorne geschubst. Ich habe alle Sperren erstmal reingemacht. Er wusste gar nicht, dass er auch noch einen Div-Lock hat und einen Fear-Low. Das haben wir alles reingemacht und damit ging es jetzt wirklich gut raus. Ja, aber ich habe alle Sperren. Genau.